Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 1 100 Personen Mani dergel Ich Naan Ich und du Naanum, Niium Wir beide Naan, Irvarum Er Awan Er und sie Awanum, Awanum Sie beide Abergall, Irvarum Der Mann Mani den Die Frau Pen Das Kind Das Kind Das Kind Kulandai Eine Familie Ohru Kudumbam Meine Familie Meine Familie Meine Familie ist hier Ich bin hier. Du bist hier. Er ist hier und sie ist hier. Wir sind hier. Ihr seid hier. Sie sind alle hier. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. 50 Languages Zwei Irandu Familie Kudunga Angattinarchal Der Großvater Tata Die Großmutter Er und sie Avanum Avalum Der Vater Tandai Die Mutter Tay Er und sie Avarum Avalum Der Sohn Magan Die Tochter Magal Er und sie Avanum Avalum Der Bruder Sagodaran Die Schwester Sagodari Er und sie Avanum Avalum Der Onkel Mama Mama Die Tante Mami Er und sie Avanum Avalum Wir sind eine Familie. Nangel Oru Kudumbam Die Familie ist nicht klein. Die Familie ist groß. Die Familie ist groß. Drei Moundry Kennenlernen Arimugam Hallo Vanagkam Guten Tag Namaskaram Wie geht's? Nalama Kommen sie aus Europa? Nangel Airopa Willerndu Varigir Ergala Kommen sie aus Amerika? Nangel Amerika Willerndu Varigir Ergala Kommen sie aus Asien? Nangel Asia Willerndu Varigir Ergala In welchem Hotel Wohnen sie? Nangel Yennda Willidigil Tangi Irukkirir Ergall Wie lange sind sie schon hier? Nangel Ingu Yettenai Kalama Irukkir Ergall Wie lange bleiben sie? Nangel Ingu Innu Yettenai Dhinengel Tangu Wir Irukkir Gefällt es ihnen hier? Nangel Ingu Inda Yedan Pidit Irukkir Da Machen sie hier Urlaub? Nangel Yengu Vidum Urayil Vand Ullir Gala Besuchen sie mich mal Hier ist meine Adresse Hier ist meine Adresse Sehen wir uns morgen? Tut mir leid, ich habe schon etwas vor Mennikavum Nan Munname Vere Titte Mittulleen Tschüss Parkkalam Auf Wiedersehen Poi Vare Giri Bis Bald Virai Will Sandi Pum 50 Languid 50 Languid 50 Languid 50 Languid 50 Languid 50 Languid Fier Nangu In Da Schule Palli Koolat Till Wo sind wir? Wir sind in der Schule. Wir haben Unterricht. Das sind die Schüler. Das ist die Lehrerin. Das ist die Klasse. Was machen wir? Wir lernen. Wir lernen eine Sprache. Ich lerne Englisch. Du lernst Spanisch. Er lernt Deutsch. Wir lernen Französisch. Ihr lernt Italienisch. Sie lernen Russisch. Sprachen lernen ist interessant. Wir wollen Menschen verstehen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Wir wollen mit Menschen sprechen. Das ist die Lehrerin. 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 50 Languages. 5 Länder und Sprachen John ist aus London. London liegt in Großbritannien. Er spricht Englisch. Maria ist aus Madrid. Madrid liegt in Spanien. Sie spricht Spanisch. Peter und Marta sind aus Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Sprecht ihr beide Deutsch? London ist eine Hauptstadt. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Die Hauptstädte sind groß und laut. Frankreich liegt in Europa. Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Kanada liegt in Nordamerika. Canada liegt in Nordamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Südamerika. Brazil. Brazil. 10 Amerikaville. Ulladu. 50 languages. 6. Aare Lesen und Schreiben Ich lese Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Wort. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Brief. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buchstaben. Du liest? Er liest. Ich schreibe Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Buchstaben. Ich lese ein Buchstaben. Ich lese ein Buchstaben. Ich lese ein Buchstaben. Er schreibt. Ich lese ein Buchstaben. 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 Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 8 Entschuldigen Sie Wie viel Uhr ist es bitte? Danke vielmals Es ist ein Uhr Es ist zwei Uhr Es ist drei Uhr Es ist vier Uhr Es ist fünf Uhr Es ist sechs Uhr Es ist sechs Uhr Es ist zehn Uhr Es ist elf Uhr Es ist zwölf Uhr Eine Minute hat 60 Sekunden Eine Stunde hat 60 Minuten Ein Tag hat 24 Stunden Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher 50 Languages 9 Der Mittwoch Der Donnerstag Der Freitag Der Samstag Der Sonntag Die Woche Von Montag Von Montag bis Sonntag Von Montag bis Sonntag Von Montag bis Sonntag Der erste Tag ist Montag Von Montag bis Sonntag Der zweite Tag ist Dienstag Der zweite Tag ist Dienstag Der zweite Tag ist Dienstag Der zweite Tag ist Mittwoch Der vierte Tag ist Donnerstag Der zweite Tag ist Sonntag Der zweite Tag ist Sonntag Der vierte Tag ist Sonntag Die Woche hat sieben Tage. Wir arbeiten nur fünf Tage. Fifty Languages Zehn Pattu Gestern Heute Morgen Gestern war Samstag Gestern war ich im Kino Der Film war interessant Heute ist Sonntag Heute arbeite ich nicht Ich bleibe zu Hause Morgen ist Montag Morgen arbeite ich wieder Ich arbeite im Büro Wer ist das? Das ist Peter Peter ist Student Wer ist das? Das ist Martha Martha ist Sekretärin Peter und Martha sind Freunde Peter ist der Freund von Martha Peter Martha ist die Freundin von Peter Martha Peterin Tore 50 Languages Elf Monate Der Januar Der Februar Der März Der April Der Mai Der Juni Das sind sechs Monate. Januar Februar März April Mai Juni Juli Juli August August September 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 Der Oktober Oktober Der November 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 Der Dezember December Das sind auch sechs Monate. Das sind auch sechs Monate. Das sind auch sechs Monate. Juli August September Juli August September Oktober November November December Oktober November December September Fifty Languages Zwölf Pfannirände Getränke Wahnengel Ich trinke Tee Ich trinke Kaffee Ich trinke Mineralwasser Ich trinke Mineralwasser Trinkst du Wasser mit Eis? Trinkst du Wasser mit Eis? Hier ist eine Party. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Sekt. Die Leute trinken Wein und Bier. Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Alkohol? Trinkst du Whisky Kudippe Dunda. Trinkst du Whisky? Trinkst du Whisky? Do you drink whiskey Kudippe Dunda? Trinkst du Cola mit Rum? Trinkst du Cola mit Rum? I drink Coke sährtta Rum kudippe Dunda. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Sekt. Ich mag keinen Wein. Ich mag keinen Wein. Ich mag kein Bier. Das Baby mag Milch. Das Kind mag Kakao und Apfelsaft. Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft. 50 Languages 13 Tätigkeiten Was macht Martha? Sie arbeitet im Büro. Sie arbeitet am Computer. Wo ist Martha? Martha, wo ist Martha? Im Kino. Sie schaut sich einen Film an. Was macht Peter? Peter, er studiert an der Universität. Er studiert Sprachen. Peter, er studiert an der Universität. Peter, wo ist Peter? Peter, wo ist Peter? Peter, wo ist Peter? Peter, wo ist Peter? Im Café? Er trinkt Kaffee. Wohin gehen Sie gern? Ins Konzert Sie hören gern Musik. Wohin gehen Sie nicht gern? In die Disco. Sie tanzen nicht gern. 50 Languages 14 Farben Der Schnee ist weiß. Die Sonne ist gelb. Die Orange ist orange. Die Kirsche ist rot. Der Himmel ist blau. Das Gras ist grün. Die Erde ist braun. Die Wolke ist grau. Die Reifen sind schwarz. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß Pani Yenna Niram Bellai Welche Farbe hat die Zone? Gelb Das Gras Suryan Yenna Niram Manjali Welche Farbe hat die Orange? Orange Orange Pallam Yenna Niram Orange Niram Welche Farbe hat die Kirsche? Rot Cherry 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 Yenna Niram Sivappu Welche Farbe hat der Himmel? Blau Wahn Yenna Niram Nielam Welche Farbe hat das Gras? Grün Pull Yenna Niram Patschai Welche Farbe hat die Erde? Braun Bumi Yenna Niram Palluppu Welche Farbe hat die Wolke? Grau Megam Yenna Niram Sambal Niram Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz Tayer Uruli Pattigall Yenna Niram Karuppu 50 Languages 50 Languages 50 Languages Ich habe eine Erdbeere. Ich habe eine Kiwi und eine Melone. Ich habe eine Orange und eine Grapefruit. Ich habe eine Banane und eine Ananas. Ich mache einen Obstsalat. Ich esse einen Toast. Ich esse einen Toast mit Butter. Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade. Ich esse einen Toast mit Margarine. Ich esse einen Toast mit Margarine und Tomate. Wir brauchen Brot und Reis. Wir brauchen Fisch und Steaks. Wir brauchen Pizza und Spaghetti. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe. Wo ist ein Supermarkt? Supermarkt? Where is the Supermarkt? Where is the Supermarkt? Fifty Languages Fifty Languages 16 16 Jahrzeiten und Wetter Jahrzeiten und Wetter Das sind die Jahreszeiten. Jahrzeiten und Wetter Der Frühling Der Frühling Im Sommer Im Sommer im Sommer Gehen wir gern spazieren Der Winter ist kalt Im Winter schneidt oder regnet es. Im Winter bleiben wir gern zu Hause. Es ist kalt. Es regnet. Es ist windig. Es ist warm. Es ist sonnig. Es ist heiter. Wie ist das Wetter heute? Es ist kalt heute. Es ist warm heute. 50 Languages Siebzehn Padinelli Im Haus Hier ist unser Haus. Oben ist das Dach Unten ist der Keller. Hinter dem Haus ist ein Garten. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Vor dem Haus ist keine Straße. Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Neben dem Haus sind Bäume. Wie ist das Wetter heute? Dort ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Die Haustür ist geschlossen. Wie ist das Wetter heute? Aber die Fenster sind offen. Es ist heiß heute. Es ist heiß heute. Wie ist das Wetter heute? Setzen Sie sich. Sie sind Die Haustür. Dort steht mein Computer. Dort steht meine Stereo-Anlage. Der Fernseher ist ganz neu. Die Haustür ist ganz neu. Hier. Fifty Languages. Die Haustür ist ganz neu. 18 18 18 18 Heute ist Samstag Heute haben wir Zeit Heute putzen wir die Wohnung Ich putze das Bad Mein Mann wäßt das Auto Die Kinder putzen die Fahrräder Oma gießt die Blumen Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine Ich hänge die Wäsche auf Ich bügele die Wäsche Die Fenster sind schmutzig Der Fußboden ist schmutzig Das Geschirr ist schmutzig Wer putzt die Fenster Wer saugt Staub Wer spült das Geschirr Die Fenster sind schmutzig Die Fenster sind schmutzig Die Fenster sind schmutzig In der Küche In der Küche Hast du eine neue Küche Und die Fenster sind schmutzig Und die Fenster sind schmutzig Was willst du heute kochen Kochst du elektrisch oder mit Gas Soll ich die Zwiebeln schneiden Soll ich die Kartoffeln schälen Soll ich die Kartoffeln schälen Soll ich den Salat waschen Wo sind die Gläser Wo sind die Gläser Wo ist das Geschirr Wo ist das Besteck Hast du einen Dosenöffnung Hast du einen Flaschenöffner Hast du einen Flaschenöffner Hast du einen Korkenzieher Kochst du die Suppe in diesem Topf Brätst du den Fisch in dieser Pfanne Brätst du den Fisch in dieser Pfanne Grillst du das Gemüse auf diesem Grill Ich decke den Tisch Hier sind die Messer Die Teller Und die Servietten Hier sind die Geschirr mit der Schmerz Die Schlange Die Schmerz Die Schmerz 50 Languages 20 Small talk 1 Machen Sie es sich bequem. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Was möchten Sie trinken? Lieben Sie Musik? Ich mag klassische Musik. Hier sind meine CDs. Spielen Sie ein Instrument? Hier ist meine Gitarre. Singen Sie gern? Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Hund? Haben Sie eine Katze? Hier sind meine Bücher. Ich lese gerade dieses Buch. Was lese Sie gern? Gehen Sie gern ins Konzert? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Gehen Sie gern ins Theater? Woher kommen Sie? Aus Basel Basel liegt in der Schweiz. Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? Er ist Ausländer. Er spricht mehrere Sprachen. Sind Sie zum ersten Mal hier? Nein, ich war schon letztes Jahr hier. Aber nur eine Woche lang. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Sehr gut, die Leute sind nett. Und die Landschaft gefällt mir auch. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Übersetzer. Ich bin Übersetzer. Ich übersetze Bücher. Sind Sie allein hier? Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. Und dort sind meine beiden Kinder. Ich bin Übersetzer. 50 Languages Zweiundzwanzig Irubatzi irrendu Smalltalk drei Urejadal moondru Rauchen Sie? Niengall Pugaypidipirgala Früher ja Munne Pugaypidipipipipipipipipipipipipipipipipipipar Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, absolut nicht Das stört mich nicht. Trinken Sie etwas? Einen Cognac? Nein, lieber ein Bier. Reisen Sie viel? Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Was für eine Hitze! Ja, heute ist es wirklich heiß. Gehen wir auf den Balkon. Morgen gibt es hier eine Party. Kommen Sie auch? Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. Ja, wir sind auch eingeladen. 50 Languages 50 Languages 23 Können Sie auch Portugiesisch? Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ich kann sie gut verstehen. Ich kann sie gut verstehen. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Ich mache noch viele Fehler. Ich mache noch viele Fehler. Bitte korrigieren Sie mich immer. Bitte korrigieren Sie mich immer. Ihre Aussprache ist ganz gut. Sie haben einen kleinen Akzent. Man erkennt, woher Sie kommen. Was ist Ihre Muttersprache? Machen Sie einen Sprachkurs? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Mir fällt der Titel nicht ein. Ich habe das vergessen. 50 Languages 24 24 Verabredung Nehmen Hast du den Bus verpasst? Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Hast du kein Handy bei dir? Sei das nächste Mal pünktlich. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Anfabung 45 Wollten wir uns morgen treffen? Wollen wir uns morgen treffen? Wollten wir uns morgen treffen? Wollten wir uns morgen treffen? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Oder bist du schon verabredet? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Wollen wir Picknick machen? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir in die Berge fahren? Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. 25 In der Stadt Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Flughafen. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Ich brauche ein Taxi. Ich brauche einen Stadtplan. Ich brauche ein Hotel. Ich möchte ein Auto mieten. Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist mein Führerschein. Was gibt es in der Stadt zu sehen? Gehen Sie in die Altstadt. Machen Sie eine Stadtrundfahrt. Gehen Sie zum Hafen. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Wer ist auch in der Stadtrundfahrt? 50 Languages 26 In der Natur Ihr Keil Siehst du dort den Turm? Siehst du dort den Berg? Siehst du dort das Dorf? Siehst du dort den Fluss? Siehst du dort die Brücke? Siehst du dort den See? Der Vogel da gefällt mir Der Baum da gefällt mir Der Stein hier gefällt mir Die Blume hier gefällt mir Ich finde das hübsch Ich finde das interessant Ich finde das wunderschön Ich finde das Das ist hässlich 50 Languages Das ist hässlich Ich habe ein Zimmer reserviert Ich habe ein Zimmer reserviert Ich brauche ein Doppelzimmer Ich habe ein Zimmer Ich habe ein Zimmer mit Bad Ich möchte ein Zimmer mit Bad Ich habe ein Zimmer mit Bad Ich habe ein Zimmer mit Bad Hier sind die Schlüssel Hier sind die Schlüssel Hier ist mein Gepäck Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? Um wie viel Uhr gibt es Frühstück? 50 Languages 50 Languages 28 Im Hotel Beschwerden Die Dusche funktioniert nicht Es kommt kein warmes Wasser Können Sie das reparieren lassen? Es gibt kein Telefon im Zimmer Es gibt keinen Fernseher im Zimmer Das Zimmer hat keinen Balkon Das Zimmer ist zu laut Das Zimmer ist zu klein Das Zimmer ist zu dunkel Die Heizung funktioniert nicht Die Heizung funktioniert nicht Die Klimaanlage funktioniert nicht Der Fernseher ist kaputt Das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Gibt es hier in der Nähe Eine Jugendherberge? Gibt es hier in der Nähe Eine Pension? Gibt es hier in der Nähe Ein Restaurant? Gibt es hier in der Nähe Ein Restaurant? Im Restaurant 1 Ist der Tisch frei? Ich möchte bitte die Speisekarte. Was können Sie empfehlen? Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich hätte gern einen Orangensaft. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Mit Zucker bitte. Ich möchte einen Tee. Ich möchte einen Tee mit Zitrone. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Tee mit Milch. Ich möchte einen Zigaretten mmchen. Ich möchte einen Aschenbecher in Deutschland. Ich möchte einen Ashtray in Deutschland gekommen werden. Haben Sie Feuer? Mir fehlt eine Gabel. Mir fehlt ein Messer. Mir fehlt ein Löffel. Mir fehlt ein Löffel. 50 Languages 30 Im Restaurant 2 Einen Apfelsaft, bitte. Eine Limonade, bitte. Einen Tomatensaft, bitte. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Ich hätte gern eine Bottle Champagne. Magst du Fisch? Magst du Rindfleisch? Magst du Schweinefleisch? Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Möchten Sie das mit Reis? Möchten Sie das mit Nudeln? Möchten Sie das mit Kartoffeln? Das schmeckt mir nicht. Das Essen ist kalt. Das habe ich nicht bestellt. Ich sage das mit Nudeln. 50 Languages 31 Im Restaurant 3 Im Restaurant 3 Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte einen Salat. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte einen Nachttisch. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte Obst oder Käse. Wir möchten zum Frühstücken Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Abend essen. Was möchten Sie zum Frühstück? Brötchen mit Marmelade und Honig? Toast mit Wurst und Käse? Ein gekochtes Ei? Ein Spiegelei? Ein Omelette? Bitte noch einen Joghurt? Bitte noch Salz und Pfeffer? Bitte noch ein Glas Wasser? Daher bitte in einem Ohrglas tannier. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 32 Muppotti Irrendu Im Restaurant 4 Unavagattil Nongu Einmal Pommes frites mit Ketchup Und zweimal mit Mayonnaise Und dreimal Bratwurst mit Senf Was für Gemüse haben Sie? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Blumenkohl? Beans Haben Sie Blumenkohl? Ich esse gern Mais Ich esse gern Gurken Ich esse gern Tomaten Essen Sie auch gern Lauch Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Karotten? Essen Sie auch gern Karotten? Essen Sie auch gern Brokkoli? Essen Sie auch gern Paprika? Essen Sie auch gern Kapsicum Ich mag keine Zwiebeln Ich mag keine Oliven Ich mag keine Olives Ich mag keine Pilze Ich mag keine Milch Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Fifty Languages 33. Muppatti Mundry Im Bahnhof Rayel Nelayetel Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Berlinicke Cellum Adutte Rayel Eppoldu Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Parisicke Cellum Adutte Rayel Eppoldu Wann fährt der nächste Zug nach London? Londonicke Cellum Adutte Rayel Eppoldu Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Warsawicke Cellum Rayel Eppoldu Purepadum Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Stockholmicke Cellum Rayel Eppoldu Purepadum Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Budapesticke Cellum Rayel Eppoldu Purepadum Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Rayel Eppoldu Purepadum Gibt es Schlafwagen im Zug? Rayel Eppoldu Purepadum Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Sleeperil Oru Palaheikku Battukku Jettanai Aagum Fifty Languages 34 Im Zug Ist das der Zug nach Berlin? Wann fährt der Zug ab? Wann kommt der Zug in Berlin an? Verzeihung, darf ich vorbei? Ich glaube, das ist mein Platz. Ich glaube, sie sitzen auf meinem Platz. Wo ist der Schlafwagen? Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges. Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang Kann ich unten schlafen? Kann ich in der Mitte schlafen? Kann ich oben schlafen? Wann sind wir an der Grenze? Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin? Hat der Zug Verspätung? Haben sie etwas zu lesen? Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen? Würden sie mich bitte um sieben Uhr wecken? Also ich glaube, sie sind immer mehr zu nehmen. Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin an? Kann ich nicht schlecht schlafen? Haben die Sachen? Ich lese. 50 Languages. 35 Am Flughafen Ich möchte einen Flug nach Athen buchen. Ist das ein Direktflug? Bitte einen Fensterplatz, nicht Raucher. Ich möchte meine Reservierung bestätigen. Ich möchte meine Reservierung stornieren. Ich möchte meine Reservierung umbuchen. Wann geht die nächste Maschine nach Rom? Sind noch zwei Plätze frei? Nein, wir haben nur noch einen Platz frei. Wann landen wir? Wann sind wir da? Wann fährt ein Bus ins Stadtzentrum? Ist das Ihr Koffer? Ist das Ihre Tasche? Ist das Ihr Gepäck? Wie viel Gepäck kann ich mitnehmen? 20 Kilo 20 Kilogramm Was? Nur 20 Kilo? Ich bin 20 Kilogramm. 20 Kilogramm 36 Öffentlicher Nahverkehr Wo ist die Bushaltestelle? Was ist die Bushaltestelle? Was ist die Bushaltestelle? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welche Linie muss ich nehmen? Nein, ich bin 20 Kilogramm Nein, ich bin 20 Kilogramm Muss ich umsteigen? Nein, ich bin 20 Kilogramm Wo muss ich umsteigen? Nein, ich bin 20 Kilogramm Nein, ich bin 20 Kilogramm Was kostet ein Fahrschein? Ein Ticket will ein bisschen Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum? Sie müssen hier aussteigen Sie müssen hinten aussteigen Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten Der nächste Bus kommt in 15 Minuten Wann fährt die letzte U-Bahn? Wann fährt die letzte Straßenbahn? Wann fährt der letzte Bus? Haben Sie einen Fahrschein? Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen Dann müssen Sie eine Strafe zahlen Dann müssen Sie eine Strafe zahlen Fifty Languages Siebenunddreißig Muppatti-Yed Unterwegs Wadigil Er fährt mit dem Motorrad Er fährt mit dem Fahrrad Er fährt mit dem Fahrrad Er geht zu Fuß Er fährt mit dem Schiff Er fährt mit dem Boot Er schwimmt Er schwimmt Ist es hier gefährlich? Ist es gefährlich? Ist es gefährlich allein zu trampen? Ist es gefährlich allein zu trampen? Ist es gefährlich nachts spazieren zu gehen? Wir haben uns verfahren Wir sind auf dem falschen Weg Wir müssen umkehren Wo kann man hier parken? Gibt es hier einen Parkplatz? Wie lange kann man hier parken? Wie lange kann man hier parken? Fahren Sie Ski? Fahren Sie mit dem Skilift nach oben? Kann man hier Ski leihen? Kann man hier Ski leihen? Kann man hier Ski leihen? 50 Languages 50 Languages 50 Languages 38 Muppat die Ette Im Taxi Rufen Sie bitte ein Taxi Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum Bahnhof? 12 Bitte geradeaus Bitte geradeaus Bitte hier nach rechts Bitte dort, an der Ecke, nach links. Ich habe es eilig. Ich habe Zeit. Fahren Sie bitte langsamer. Halten Sie hier bitte. Warten Sie bitte einen Moment. Ich bin gleich zurück. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Ich habe kein Kleingeld. Es stimmt so. Der Rest ist für Sie. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zum Strand. 50 Languages 39 Muppatti onpadu Autopanne Wandi padudu padudel Wo ist die nächste Tankstelle? Adutte Petrolnelejem enge irikiradu? Ich habe einen Platten. Enttäier pankcerahi irikiradu. Können Sie das Rad wechseln? Ungelohntäierrei matramudiuma? Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Ich brauche ein paar Liter Diesel. Diesel wehndu. Ich habe kein Benzin mehr. Petrol kaliyagi wittadu. Haben Sie einen Reservekanister? Ungelihedam Petrol dabba jedum irikiradu? Wo kann ich telefonieren? Nan engirindu phone seiwadu. Ich brauche einen Abschleppdienst. Yenek paludana wandige idut cellum wagenam wehndum. Ich suche eine Werkstatt. Nan or wandi sariseium idem tedi kundu irikiradu. Es ist ein Unfall passiert. Or vibatu nananderekiradu. Wo ist das nächste Telefon? Haben Sie ein Handy bei sich? Ungelihedam Mobile Phone irikiradu? Wir brauchen Hilfe. Yengalakku udawit evai. Rufen Sie einen Arzt. Uru Doktorei kuppidengel. Rufen Sie die Polizei. Polisei kuppidengel. Ihre Papiere bitte. Dayawe seydu ungell Dokumentikalei kornbiengel. Ihren Führerschein bitte. Dayawe seydu ungell wandi leisensei kornbiengel. Ihren KFZ-Schein bitte. Dayawe seydu ungell wandi padiva dokumentikalei kornbiengel. 50 Languages. 50 Languages. Nach dem Weg fragen. Wadi kettaridel. Entschuldigen Sie. Dayawe seydu ungell. Können Sie mir helfen? Niengel yenakku udawit seyya mudiyuma. Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Sie können auch den Bus nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Wie komme ich zum Fußballstadion? Überqueren Sie die Brücke. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Gehen Sie dann die erste Straße rechts ab. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Am besten Sie nehmen die U-Bahn. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. 50 Languages. 41 orientierung wo ist das fremden verkehrsamt haben sie einen stadtplan für mich Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren? Wo ist die Altstadt? Wo ist der Dom? Wo ist das Museum? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Markt? Wo ist das Schloss? Wann beginnt die Führung? Wann endet die Führung? Wie lange dauert die Führung? Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht und ich möchte einen Führer, der Französisch spricht und ich möchte einen Führer, der Französisch spricht 50 Languages 42 Ist die Messe montags geöffnet? Ist die Ausstellung dienstags geöffnet? Hat der Zoo Mittwochs geöffnet? Hat das Museum Donnerstags geöffnet? Hat die Galerie Freitags geöffnet? Wie viel kostet der Eintritt? Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen? Gibt es eine Ermäßigung für Kinder? Gibt es eine Ermäßigung für Studenten? Was für ein Gebäude ist das? Wie alt ist das Gebäude? Wer hat das Gebäude gebaut? Ich interessiere mich für Architektur Ich interessiere mich für Kunst Ich interessiere mich für Malerei Ich interessiere mich für Malerei Dreiundvierzig Nahrpattti Moondru Im Zoo Willengu Kaatschi Saalagil Dort ist der Zoo Willengagam Angu Yirikki Redu Dort sind die Giraffen Wo sind die Bären? Karadigal Engge Yirikki Ndana? Wo sind die Elefanten? Janaigal Engge Yirikki Ndana? Wo sind die Schlangen? Ich habe einen Fotoapparat 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 Wo ist eine Batterie? Batterie Minkallen Engge Yirikki Redu Wo sind die Pinguine? Pinguinkel Engge Yirikki Ndana? Wo sind die Kängurus? Gangorukkel Engge Yirikki Ndana? Wo sind die Nashörner? Wo ist eine Toilette? Dort ist ein Café. Dort ist ein Restaurant. Wo sind die Kamele? Wo sind die Gorillas und die Zebras? Wo sind die Tiger und die Krokodile? Wo sind die 50 Languages? 44 Abends ausgehen Gibt es hier eine Diskothek? Gibt es hier eine Nachtklub? Gibt es hier eine Kneipe? Was gibt es heute Abend im Theater? Was gibt es heute Abend im Kino? Was gibt es heute Abend im Fernsehen? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Gibt es noch Karten für das Fußballspiel? Ich möchte ganz hinten sitzen Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen Ich möchte ganz vorn sitzen Können Sie mir etwas empfehlen? Wann beginnt die Vorstellung? Gibt es noch Karten für die Karte? 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 Gibt es noch 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 Karte? 50 Languages 45 4.5 Im Kino Cinemabil Wir wollen ins Kino. Engelukku oru Cinemavirkup boga wehndum. Heute läuft ein guter Film. Indru oru nalle Cinema nadandukondu irikkiradu. Der Film ist ganz neu. Puttam pudiga cinema Wo ist die Kasse? Ticket wangum idam enku ulladu? Gibt es noch freie Plätze? Ticket kdeckuma Was kosten die Eintrittskarten? Anumadhi Ticket in vilai enne. Wann beginnt die Vorstellung? Cinema jeppoludu aarempa magieradu. Wie lange dauert der Film? Cinema jeppoludu neeram. Kann man Karten reservieren? Ticket kdeckuma Ticket muun padivu seiyya mudiguma? Ich möchte hinten sitzen. Yenakku pinpuram udkara wehndum. Ich möchte vorn sitzen. Yenakku munpuram udkara wehndum. Ich möchte in der Mitte sitzen. Yenakku naduvil udkara wehndum. Der Film war spannend. Cinema paravarappu uuttuvadaga irindadu. Der Film war nicht langweilig. Cinema aruvayaga illai. Aber das Buch zum Film war besser. Analum puttagam idaivida nandraaga irindadu. Wie war die Musik? Isai eppadi irindadu. Wie waren die Schauspieler? Nadingergall eppadi irindadargall. Gab es Untertitel in englischer Sprache? Angilatil tunai urei irindadda? Fifty Languages. Fifty Languages. Sechsundvierzig. Narpatti aar. In der Diskothek. Diskothek. Is dieser Platz hier frei? Darf ich mich zu ihnen setzen? Darf ich mich zu ihnen setzen? Gern. Wie finden Sie die Musik? Ein bisschen zu laut? Ein bisschen zu laut. Aber die Band spielt ganz gut. Analum isai kudu mikabum nandraaga vaasik kirarkall. Sind Sie öfter hier? Nein, das ist das erste Mal. Ich war noch nie hier. Tanzen Sie? Tanzen Sie? Später vielleicht. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann nicht so gut tanzen. Das ist ganz einfach. Ich zeige es ihnen. Nein, lieber ein anderes Mal. Warten Sie auf jemand? Ja, auf meinen Freund. Ich kann nicht so gut tanzen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Da hinten kommt ein ja. Das ist das. 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 47 Naar putti elu Reisevorbereitungen Du musst unseren Koffer packen. Du darfst nichts vergessen. Du brauchst einen großen Koffer. Vergiss nicht den Reisepass. Vergiss nicht die Reiseschecks. Nimm Sonnencreme mit. Nimm die Sonnenbrille mit. Nimm den Sonnenhut mit. Willst du eine Straßenkarte mitnehmen? Willst du einen Reiseführer mitnehmen? Willst du einen Regenschirm mitnehmen? Denk an die Hosen, die Hemden, die Socken. Denk an die Krawatten, die Gürtel, die Sakkos. Denk an die Schlafanzüge, die Nachthemden und die T-Shirts. Du brauchst Schuhe, Sandalen und Stiefel. Du brauchst Taschentücher, Seife und eine Nagelschere. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Du brauchst einen Kamm, eine Zahnbürste und Zahnpasta. Fifty Languages Achtundvierzig Narpatti ette Urlaubsaktivitäten Ist der Strand sauber? Kann man dort baden? Ist es nicht gefährlich, dort zu baden? Kann man hier einen Sonnenschirm leihen? Kann man hier einen Liegestuhl leihen? Kann man hier ein Boot leihen? Ich würdehalten. Ich würde gern surfen. Ich würde gern tauchen. Kann man ein Surfbrett mieten? Kann man eine Taucherausrüstung 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 mieten? Ich bin erst Anfänger. Ich bin mittelgut. Ich kenne mich damit schon aus. Wo ist der She-Lift? Wo ist der She-Lift? Wo ist der She-Lift? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Kann man eine Taucherausrüstung mieten? 49 Sport Kann man eine Taucherausrüstung mieten? Wir spielen Fußball. Manchmal schwimmen wir. Oder wir fahren Rad. In unserer Stadt gibt es ein Fußballstadion. Es gibt auch ein Schwimmbad mit Sauna. Und es gibt einen Golfplatz. Was gibt es im Fernsehen? Gerade gibt es ein Fußballspiel. Die deutsche Mannschaft spielt gegen die Englische. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Ich habe keine Ahnung. Im Moment steht es unentschieden. Der Schiedsrichter kommt aus Belgien. Jetzt gibt es einen Elfmeter. Tor 1 zu 0 Goal Onru Podium 50 50 Im Schwimmbad Heute ist es heiß. Gehen wir ins Schwimmbad? Hast du Lust schwimmen zu gehen? Hast du ein Handtuch? Hast du eine Badehose? Hast du einen Badeanzug? Hast du einen Badeanzug? Kannst du schwimmen? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du ins Wasser springen? Wo ist die Dusche? Kannst du lachen? Kannst du smell werden? Kannst du ins Wasser springen? Kannst du Geld beim Th Kannst duem zum Signal? Kannst du ins Wasser monteinen omgur zu 생beln? Ist das Wasser tief? Kannst du ins Wasserklift? Kannst du sein ø artwork anst privilegi? Kannst du das Wasser Novinoler? Ist das Wasser warm? Ich friere. Das Wasser ist zu kalt. Ich gehe jetzt aus dem Wasser. Ich friere. Ich friere. 50 Languages 51 Ich will in die Buchhandlung. Ich will zum Kiosk. Ich will ein Buch leihen. Ich will ein Buch kaufen. Ich will eine Zeitung kaufen. Ich will in die Bibliothek um ein Buch zu leihen. Ich will in die Buchhandlung um ein Buch zu kaufen. Ich will zum Kiosk um eine Zeitung zu kaufen. Ich will zum Optiker. Ich will zum Supermarkt. Ich will zum Bäcker. Ich will eine Brille kaufen. Ich will Obst und Gemüse kaufen. Ich will Brötchen und Brot kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. Ich will zum Supermarkt, um Brötchen und Brötchen und Brot kaufen. Ich will zum Beispiel eine Brötchen und Brötchen und Brötchen und Brötchen. 50 Languages 52 Im Kaufhaus Gehen wir in ein Kaufhaus? Ich muss Einkäufe machen. Ich will zum Beispiel eine Brötchen und Brötchen und Brötchen. Ich will viel einkaufen. Ich will viel einkaufen. Ich will viel einkaufen. Wo sind die Büroartikel? Alleweilige Brötchen und Brötchen. Ich brauche Briefumschläge und Briefpapier. Ich will viel einkaufen. Ich brauche Kulis und Filzstifte. 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 Wo ist das Werkzeug? Kulis und Filzstifte. Ich brauche Kulis. Themenற mmons. gos und Filzstifte. Ich brauche thanks! Ich brauche einen Bohrer und einen Schraubenzieher. Wo ist der Schmuck? Ich brauche eine Kette und ein Armband. Ich brauche einen Ring und Ohrringe. Ich brauche einen Ring und Ohr. Fifty Languages 53 Geschäfte Wir suchen ein Sportgeschäft. Wir suchen eine Fleischerei. Wir suchen eine Apotheke. Wir möchten nämlich einen Fußball kaufen. Wir möchten nämlich Salami kaufen. Wir möchten nämlich Medikamente kaufen. Wir suchen ein Sportgeschäft, um einen Fußball zu kaufen. Wir suchen eine Apotheke, um Medikamente zu kaufen. Wir suchen einen Foto. Ich suche einen Jouwelier. Ich suche ein Fotogeschäft. Ich suche eine Konditorei. Ich habe nämlich vor, einen Ring zu kaufen. Ich habe nämlich vor, einen Film zu kaufen. Ich habe nämlich vor, eine Torte zu kaufen. Ich suche einen Juwelier, um einen Ring zu kaufen. Ich suche ein Fotogeschäft, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um eine Torte zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um einen Mitoi-Kadai zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um einen Film zu kaufen. Ich suche eine Konditorei, um einen Film zu kaufen. Ich möchte ein Geschenk kaufen, aber nichts allzu teures, vielleicht eine Handtasche, welche Farbe möchten Sie? Schwarz, Braun oder Weiß eine große oder eine kleine Darf ich diese Mal sehen? Ist die aus Leder? Oder ist die aus Kunststoff? Aus Leder natürlich Das ist eine besonders gute Qualität Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert Die gefällt mir Die nehme ich Kann ich die eventuell umtauschen? Selbstverständlich Wir packen sie als Geschenk ein Dort drüben ist die Kasse 50 Languages 55 Arbeiten Was machen Sie beruflich? Mein Mann ist Arzt von Beruf Ich arbeite halbtags als Krankenschwester Bald bekommen wir Rente Aber die Steuern sind hoch Und die Krankenversicherung ist hoch Was willst du einmal werden? Ich möchte Ingenieur werden Ich will an der Universität studieren Ich bin Praktikant Ich verdiene nicht viel Ich mache ein Praktikum im Ausland Das ist mein Chef Ich habe nette Kollegen Mittags gehen wir immer in die Kantine Ich suche eine Stelle Ich bin schon ein Jahr arbeitslos In diesem Land gibt es zu viele Arbeitslose In der Nautil Nireia Wähle illa oder mani därkel Irki rärkel Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 56 Gefühle Lust haben Wir haben Lust Wir haben keine Lust Wir haben keine Lust Zeit Zeit haben Zeit haben Er hat Zeit Aufmerk neeram irikiradu Er hat keine Zeit Aufmerk neeram illei Langeweile haben Sie hat Langeweile Sie hat keine Langeweile Hunger haben Hunger haben Hunger haben Habt ihr Hunger? Wir haben keine Lust Wir haben keine Lust Wir haben keine Lust Bitte besuchen Sie Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com Siebenundfünfzig www.50languages.com www.50languages.com Beim Arzt Dr. Idattil Ich habe einen Termin beim Arzt Ich habe den Termin um 10 Uhr 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 Wie ist Ihr Name? Ungelpeyer Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz Der Arzt kommt gleich Dr. Vandukondirikirar Wo sind Sie versichert? Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Schmerzen? Wo tut es weh? Ich habe immer Rückenschmerzen Ich habe oft Kopfschmerzen Ich habe manchmal Bauchschmerzen Machen Sie bitte den Oberkörper frei Legen Sie sich bitte auf die Liege Der Blutdruck ist in Ordnung Ich gebe Ihnen eine Spritze Ich gebe Ihnen eine Spritze Ich gebe Ihnen eine Spritze Bitte besuchen Sie www.book2.de Für Bücher und Texte Für Bücher und Texte 50 Languages Ich zeichne einen Mann Ich zeichne einen Mann Der Mann trägt einen Hut Der Mann trägt einen Hut Die Haare sieht man nicht Die Ohren sieht man auch nicht Die Ohren sieht man auch nicht Den Rücken sieht man auch nicht Ich zeichne die Augen Ich zeichne die Augen und den Mund Er trägt einen Stock in den Händen Er trägt auch einen Schal um den Hals Es ist Winter und es ist kalt Die Arme sind kräftig Die Beine sind auch kräftig Der Mann ist aus Schnee Er trägt keine Hose und keinen Mantel Aber der Mann friert nicht Er ist ein Schneemann Er ist ein Schneemann 50 Languages 59 Im Postamt Wo ist das nächste Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Wo ist der nächste Briefkasten? Ich brauche ein paar Briefmarken Für eine Karte und einen Brief Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Amerika wird ein paar Schalte Wie schwer ist das Paket? Kann ich es per Luftpost schicken? Wie lange dauert es bis es ankommt? Wo kann ich telefonieren? Ich kann telefonieren Ich kann telefonieren Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? Welche Nummer haben Sie gewählt? Welche Nummer haben Sie gewählt? 50 Languages 50 Languages 60 60 In der Bank Ich möchte ein Konto eröffnen Hier ist mein Pass Und hier ist meine Adresse Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen Ich möchte Geld von meinem Konto abheben Ich möchte die Kontoauszüge abholen Ich möchte einen Reisescheck einlösen Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland Hier ist meine Kontonummer Ist das Geld angekommen? Ich möchte dieses Geld wechseln Ich brauche US-Dollar Bitte geben Sie mir kleine Scheine Gibt es hier einen Geldautomat? Wie viel Geld kann man abheben? Welche Kreditkarten kann man benutzen? 50 Languages Einundsechzig Arubutti undru Ordinalzahlen Der erste Monat ist der Januar Der zweite Monat ist der Februar Der zweite Monat ist der Februar Der dritte Monat ist der März Der vierte Monat ist der April Der zweite Monat ist der Mai Der zweite Monat ist der Mai Der sechste Monat ist der Juni Der zweite Monat ist der Juni Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Januar, Februar, März April, Mai und Juni Der siebte Monat ist der Juli. Jedaavadu Madam, Juli Der achte Monat ist der August. Jedaavadu Madam, August Der neunte Monat ist der September. Unbedaavadu Madam, September Der zehnte Monat ist der Oktober. Pattaavadu Madam, Oktober Der elfte Monat ist der November. Pattaavadu Madam, November Der zwölfte Monat ist der Dezember. Pannirendavadu Madam, December Zwölf Monate sind ein Jahr. Pannirendavadangal vore vardam agum Juli, August, September Juli, August, September Oktober, November und Dezember Oktober, November, Dezember Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 62 62 Aruvattu Irrandu Fragen stellen 1 Kälbi, Kälbi, Kätpadu, Wunder Lernen Lernen die Schüler viel? Lernen die Schüler viel? Nein, sie lernen wenig. Fragen Fragen Sie oft den Lehrer Nein, ich frage ihn nicht oft Antworten Antworten Sie bitte Ich antworte Arbeiten Arbeitet er gerade? Ja, er arbeitet gerade Ja, er arbeitet gerade Ja, er arbeitet gerade Ja, er arbeitet gerade Ja, wir kommen gleich Wohnen Wohnen Sie in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte 50 Languages 50 Languages 53 63 63 Aruvattu Moondru Fragenstellen 2 Kälbi, Kätpadu, Irrandu Ich habe ein Hobby Ich spiele Tennis Wo ist ein Tennisplatz? Tennis Tennis Mein Arm Mein Arm tut weh Mein Fuß und meine Hand tun auch weh Ich spiele Tennis Wo ist ein Doktor? Ich habe ein Auto Ich habe ein Auto Pullover Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans Wo ist die Waschmaschine? Soloway Machine Ich habe einen Teller Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel Wo sind Salz und Pfeffer? Wo ist die Verneinung 1 Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Der Lehrer Verstehen Sie den Lehrer? Ja, ich verstehe ihn gut. Die Lehrerin Verstehen Sie die Lehrerin? Ja, ich verstehe sie gut. Die Leute Verstehen Sie die Leute? Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Die Freundin Haben Sie eine Freundin? Ja, ich habe eine. Die Tochter Haben Sie eine Tochter? Nein, ich habe keine. Nein, ich habe keine. 50 Languages 65 Verneinung 2 Ist der Ring teuer? Nein, er kostet nur 100 Euro. Aber ich habe nur 50. Annal Bist du schon fertig? Enne Mudittu Wittt Ja? Nein, noch nicht. Illei Innung Illei Aber gleich bin ich fertig. Annal Sekiram Mudittu Möchtest du noch Suppe? Wunak Innung Konjem Suop Wenduma Nein, ich will keine mehr. Illei Innung Innung Wendam Aber noch ein Eis. Annal Innung Konjem Eiscream Wohnst du schon lange hier? Nie Innung Wegen 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 Was Ik Kira Ja? Nein Erst Einen Monat Illei Wohru Maada Mahat Tan Aber ich kenne Schon Viele Leute Annal Adarkull Enak Nire Man Idar Kalei Terigum Fährst Du Morgen Nach Hause? Nal Ik Ning Witt Ir Po Da Ir Kir Ir Kala Nein Erst Am Wochenende Illai Wahre Irrudi Yelthan Aber ich komme Schon Am Sonntag Zurück Annal Nya Irre Thirimbi Wand Widde Wehen Ist Deine Tochter Schon Erwachsen? Unnudu Ye Magal Weyed Dicke Wanda Wila Nein Sie Ist Erst Siebzehn Aber Sie Hat Schon Einen Freund Annal Aval Ikki Ippol Ude Wuru Todan Ir Kiran 50 Languages Ude Udeimoi Pridipeyer Cull Ich Mein Non Non Yen Ich Finde Meinen Schlüssel Nicht Yen Udeye Savi Kidekka Wille Ich Finde Meine Fahrkarte Nicht Yen Udeye Paila Cheet Kidekka Wille Du Du Dein Nie Un Hast Du Deinen Schlüssel gefunden Nie Un Udeye Savi Kandu Bidit Witt Ja Hast Du Deine Fahrkarte gefunden Nie Un Udeye Paila Cheet Kandu Bidit Witt Ja Er Sein Wee Sie Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Sie, ihr. Ihr Geld ist weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Wir, unser. Unser Opa ist krank. Unsere Oma ist gesund. Ihr, euer. Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist eure Mutti? 50 Languages Er hat seine Brille vergessen. Wo hat er denn seine Brille? Seine Uhr ist kaputt. Die Uhr hängt an der Wand. Der Pass Passport Er hat seinen Pass verloren. Wo hat er denn seinen Pass? Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Aber da kommen ja ihre Eltern. Sie, ihr. Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt? 50 Languages Achtundsechzig Arubattyette Groß, klein Periyadu, Siriyadu Der Elefant ist groß Die Maus ist klein Dunkel und hell Die Nacht ist dunkel Der Tag ist hell Alt und jung Unser Großvater ist sehr alt Vor 70 Jahren Vor 70 Jahren war er noch jung Schön und hässlich Der Schmetterling ist schön Der Schmetterling ist schön Der Schmetterling ist schön Der Schmetterling ist schön Die Spinne ist hässlich Dick und dünn Eine Frau mit 100 Kilo ist dick Ein Mann mit 50 Kilo ist dünn Teuer und billig Das Auto ist teuer Das Auto ist teuer Die Zeitung ist billig Die Zeitung ist billig 50 Languages 50 Languages 50 Languages 69 Arubatty onbadı Brauchen, wollen Tewey padudel, virumbudel Ich brauche ein Bett Ich will schlafen Gibt es hier ein Bett? Ich brauche eine Lampe Ich brauche ein Telefon Ich will fotografieren Gibt es hier eine Kamera? Ich brauche einen Computer Ich brauche einen Computer Ich brauche einen Kuli Ich will etwas schreiben Gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli Gibt es hier ein Blatt Papier Ich brauche ein Blatt Papier Gibt es hier ein Blatt Papier Ich brauche einen Blatt Papier Etwas mögen Wirper padudel Möchten Sie rauchen? Ungelukku pugaipedikka wehndu ma? Möchten Sie tanzen? Üngelukku nadanamada wehndu ma? Möchten Sie spazieren gehen? Ich möchte rauchen. Möchtest du eine Zigarette? Er möchte Feuer. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas essen. Ich möchte mich etwas ausruhen. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich möchte Sie zu etwas einladen. Was möchten Sie bitte? Möchten Sie einen Kaffee? Oder möchten Sie lieber einen Tee? Wir möchten nach Hause fahren. Möchtet ihr ein Taxi? Sie möchten telefonieren. Sie möchten telefonieren. Was wollen Sie dasmee? Etwas wollen Etwas wollen Was wollt ihr? Wollt ihr Fußball spielen? Wollt ihr Freunde besuchen? Wollen Ich will nicht spät kommen. Ich will nicht hingehen. Ich will nach Hause gehen. Ich will zu Hause bleiben. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Ich will allein sein. Willst du hier bleiben? Ich will hier essen. Willst du hier essen? Willst du hier schlafen? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie morgen abfahren? Wollen Sie die Rechnung erst morgen bezahlen? Wollt ihr in die Disco? Wollt ihr ins Kino? 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 Ich will nicht. Wollt ihr ins Kino? 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 Sie muss einkaufen. Sie muss die Wohnung putzen. Sie muss die Wäsche waschen. Wir müssen gleich zur Schule gehen. Wir müssen gleich zur Arbeit gehen. Wir müssen gleich zum Arzt gehen. Ihr müsst auf den Bus warten. Ihr müsst auf den Zug warten. Ihr müsst auf das Taxi warten. 50 Languages 73 Etwas dürfen Darfst du schon Auto fahren? Darfst du schon Alkohol trinken? 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 Dürfen Mit Kreditkarte bezahlen? Emb Consort國 S indent Daher Darfst du beagent dich e Dürfen Und rend gef Darf ich mal eben etwas fragen? Darf ich mal eben etwas sagen? Er darf nicht im Park schlafen. Er darf nicht im Auto schlafen. Er darf nicht im Bahnhof schlafen. Dürfen wir Platz nehmen? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir getrennt zahlen? Dürfen wir die Speisekarte haben? Dürfen wir die Speisekarte haben? 74 Um etwas bitten? Können Sie mir die Haare schneiden? Können Sie die Bilder entwickeln? Die Fotos sind auf der CD. Die Fotos sind in der Kamera. Können Sie die Uhr reparieren? Das Glas ist kaputt. Die Batterie ist leer. Die Batterie ist leer. Können Sie das Hemd bügeln? Können Sie die Hose reinigen? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie die Schuhe reparieren? Können Sie mir Feuer geben? Haben Sie Streichhölzer oder ein Feuerzeug? Haben Sie einen Aschenbecher? Rauchen Sie Zigarren? Rauchen Sie Zigaretten? Rauchen Sie Pfeife? Gearetten, Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 75 Etwas begründen 1 Warum kommen Sie nicht? Das Wetter ist so schlecht. Das Wetter ist so schlecht. Ich komme nicht, weil das Wetter so schlecht ist. Warum kommt er nicht? Er ist nicht eingeladen. Er kommt nicht, weil er nicht eingeladen ist. Warum kommst du nicht? Ich habe keine Zeit. Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe. Warum bleibst du nicht? Ich muss noch arbeiten. 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 Bitte besuchen Sie Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen Bitte besuchen Sie www.50languages.com 76 Etwas begründen 2 Warum bist du nicht gekommen? Ich war krank. Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war. Warum ist sie nicht gekommen? Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war. Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. Er hatte keine Lust. Er ist nicht gekommen, weil er keine Lust hatte. Warum seid ihr nicht gekommen? Unser Auto ist kaputt. Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist. Warum sind die Leute nicht gekommen? Sie haben den Zug verpasst. Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben. Warum bist du nicht gekommen? Ich durfte nicht. Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Ich bin nicht gekommen, weil sie nicht gekommen sind. Etwas begründen 3 Warum essen Sie die Torte nicht? Ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Er ist kalt. Ich trinke ihn nicht, weil er kalt ist. Warum trinkst du den Tee nicht? Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Warum essen sie die Suppe nicht? Ich habe sie nicht bestellt. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Warum essen sie das Fleisch nicht? Ich bin Vegetarier. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich habe sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. 50 Languages 78 Adjektive 1 Eine alte Frau Eine dicke Frau Eine neugierige Frau Ein neuer Wagen Ein schneller Wagen Ein bequemer Wagen Ein blaues Kleid Ein rotes Kleid Ein grünes Kleid Eine schwarze Tasche Eine schwarze Tasche Eine braune Tasche Eine weisse Tasche Nette Leute Nette Leute Höfliche Leute Interessante Leute Zwarasya Zwarasya Liebe Kinder Nesammaana Kullandai Nessamma lemme Nessamma 79 Adjektive 2 Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Ich brauche einen schönen Wagen. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. Ich habe liebe Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Ich habe meine Kinder. Ich habe meine Kinder. Sind Ihre Kinder brav? Ich habe meine Kinder. 50 Languages 80 Adjektive 3 Sie hat einen Hund. Der Hund ist groß. Sie hat einen großen Hund. Sie hat ein Haus. Das Haus ist klein. Sie hat ein kleines Haus. Er wohnt in einem Hotel. Das Hotel ist billig. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er hat ein Auto. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Er liest einen langweiligen Roman. Sie sieht einen Film. Der Film ist spannend. Sie sieht einen film. Der Film ist ein Film. Der Film ist ein Film. Er hat einen Film. Er hat einen Film. Er schrieb eine Karte. Er hat einen Film. 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 Er war faul, aber sie war fleißig. Er war arm, aber sie war reich. Er hatte kein Geld, sondern Schulden. Er hatte kein Glück, sondern Pech. Er hatte keinen Erfolg, sondern Misserfolg. Er war nicht zufrieden, sondern unzufrieden. Er war nicht glücklich, sondern unglücklich. Er war nicht sympathisch, sondern unsympathisch. Er war nicht zufrieden, sondern unsympathisch. Er war nicht zufrieden, sondern unsympathisch. Bitte besuchen Sie www.50languages.com 82 Vergangenheit 2 Irrende Kolom Irrendu Musstest du einen Krankenwagen rufen? Die Ambulanz hat jemand von der Polizei rufen? Musstest du den Arzt rufen? Die Polizei rufen ist jemand von der Polizei. Die Polizei hat jemand von der Polizei rufen. Haben Sie die Adresse? Gerade hatte ich sie noch. Haben Sie den Stadtplan? Gerade hatte ich ihn noch. Kam er pünktlich? Er konnte nicht pünktlich kommen. Fand er den Weg? Er konnte den Weg nicht finden. Verstand er Dich? Er konnte mich nicht verstehen. Warum konntest Du nicht pünktlich kommen? Warum konntest Du den Weg nicht finden? Warum konntest Du ihn nicht verstehen? Ich konnte nicht pünktlich kommen, weil kein Bus fuhr. Ich konnte den Weg nicht finden, weil ich keinen Stadtplan hatte. Ich konnte ihn nicht verstehen, weil die Musik so laut war. Ich musste ein Taxi nehmen. Ich musste einen Stadtplan kaufen. Ich musste das Radio ausschalten. Ich musste das Radio ausschalten. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte. Fifty Languages 83 Vergangenheit 3 Telefonieren 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 Ich habe telefoniert. Ich habe telefoniert. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. Fragen писaring In der vielenation telefonier Ich habe confうんierung Wir haben das Video geschoben. Wir haben sagten ein Auslöser. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. Wrias erzählt Ich habe todavía nicht zu白is Ich habe gelernt, ich habe den ganzen Abend gelernt. Arbeiten Ich habe gearbeitet, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Lesen Ich habe gelesen. Ich habe den ganzen Roman gelesen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. 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 Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Wo sind Sie gewesen? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie gegessen? Was haben Sie erfahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie gesprungen? Wie lange sind Sie gesprungen? Wie lange sind Sie gesprungen? Fifty Languages 86 Fragen Vergangenheit 2 Welche Krawatte hast du getragen? Welches Auto hast du gekauft? Welche Zeitung hast du abonniert? Wen haben sie gesehen? Wen haben sie getroffen? Wen haben sie erkannt? Wann sind sie aufgestanden? Wen haben sie begonnen? Wen haben sie aufgehört? Wen haben sie aufgewacht? Wen haben sie aufgewacht? Wen haben sie Lehrer geworden? Wen haben sie ein Taxi genommen? Wen haben sie aufgewacht? Woher sind sie gekommen? Wen sind sie gegangen? Wen haben sie aufgewacht? Wen haben sie gehoffen? Wen haben sie genutzt? Wen haben sie gerecht? Wem hast du geantwortet? 87 Vergangenheit der Modalverben 1 Wir mussten die Blumen gießen. Wir mussten die Wohnung aufräumen. Wir mussten das Geschirr spülen. Musstet ihr die Rechnung bezahlen? Musstet ihr Eintritt bezahlen? Musstet ihr eine Strafe bezahlen? Wer musste sich verabschieden? Wer musste früh nach Hause gehen? Wer musste den Zug nehmen? Wir wollten nicht lange bleiben. Wir wollten nichts trinken. Wir wollten nicht stören. Ich wollte eben telefonieren. Ich wollte ein Taxi bestellen. Ich wollte nämlich nach Haus fahren. Ich dachte, du wolltest deine Frau anrufen. Ich dachte, du wolltest eine Pizza bestellen. Ich dachte, du wolltest die Pizza bestellen. Copyright Goethe Verlag 50 Languages Kostenlose Audiokurse für viele Sprachen. Bitte besuchen Sie www.50languages.com Achtundachtzig Vergangenheit der Modalverben 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Er durfte kein Eis essen. Er durfte keine Schokolade essen. Er durfte keine Bonbons essen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Ich durfte mir etwas wünschen. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. Ich durfte eine Praline nehmen. Ich durfte eine Schokolade. Ich durfte eine Schokolade. Ich durfte eine Schokolade. Ich durfte eine Schokolade mitnehmen. Ich durfte eine Schokolade. Ich durfte eine Schokolade. Ich durfte eine Schokolade. 89 Imperativ 1 Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du kommst so spät. Komm doch nicht so spät. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Stehen Sie auf, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Haben Sie Geduld. Nehmen Sie sich Zeit. Warten Sie einen Moment. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie pünktlich. Seien Sie nicht dumm. Mutter und Sonnen wehnt. 50 Languages 90 Tonnur Imperativ 2 Rasier dich. Rasier dich. Wasch dich. Wasch dich. Käm dich. Ruf an. Rufen Sie an. Kupi. Fang an. Fangen Sie an. Rmb. Hör auf. Hören Sie auf. Nil. Lass das. Lassen Sie das. Adai Wittu Wittu. Sag das. Sagen Sie das. Adai Solli Wittu. Kauf das. Kauf das. Kaufen Sie das. Adai Wangi Wittu. Sei nie unehrlich. Neermai Atravanaga irukkade. Sei nie frech. Tollai Kodupopanaga irukkade. Sei nie unhöflich. Mariyadei Atravanaga irukkade. Kommen Sie gut nach Haus. Kommen Sie gut nach Haus. Passen Sie gut auf sich auf. Passen Sie gut auf sich auf. Besuchen Sie uns bald wieder. Kandipaaga marubadigum varawum. 50 Languages. 91 Tunnutke undre. Nebensätze mit das, eins. Subordinate class enre undre. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Naalai, orru wehlei, vanilai, innum nanraha irukkade kudum. Woher wissen Sie das? Ungelukku, adu eppadi teriyum. Ich hoffe, dass es besser wird. Innum nanraha irukkum enru oru nambikkai. Er kommt ganz bestimmt. Avan kandipaaga varu wan. Avan kandipaaga varu wan. Ist das sicher? Ungelukku nitschiyamaga teriyuma. Ich weiß, dass er kommt. Avan kandipaaga varu wan. Er ruft bestimmt an. Avan kandipaaga varu wan. Wirklich? Nijamaga varu. Ich glaube, dass er anruft. Avan kandipaaga varu wan. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau? Ungelukku nitschiyamaga teriyuma. Ich vermute, dass er alt ist. Nan nenekkirei idu padeyadu enru. Unser Chef sieht gut aus. Namudu meloner alagaaga irikkira. Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Finden Sie? Ich finde, dass er sogar sehr gut aussieht. Der Chef hat bestimmt eine Freundin. Glauben Sie wirklich? Glauben Sie wirklich? Es ist gut möglich, dass er eine Freundin hat. Er ist gut aussieht. Er ist gut. 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 Nebensätze mit DAS ×. Yes. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie Interesse haben. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. 50 Languages 93 93 93 Nebensätze mit ob Subordinate class enru Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. Ob er mich wohl anruft. Ob er mich wohl anruft. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ob er wohl an mich denkt. Ich frage mich, ob er eine andere hat. Ich frage mich, ob er die Wahrheit sagt. Ich frage mich, ob er die Wahrheit sagt. Ich frage mich, ob er mich wirklich mag. Ich frage mich, ob er mich wirklich mag. Ich frage mich, ob er mir schreibt. Ich frage mich, ob er mir schreibt. Ich frage mich, ob er mich wohl anruft. Ich frage mich, ob er eine andere hat. FIFTY LANGUAGES 94 Konjunktionen 1 Warte, bis der Regen aufhört. Warte, bis ich fertig bin. Warte, bis er zurückkommt. Ich warte, bis meine Haare trocken sind. Ich warte, bis der Film zu Ende ist. Ich warte, bis die Ampel grün ist. Wann fährst du in Urlaub? Noch vor den Sommerferien? Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt. Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster, bevor du rausgehst. Wann kommst du nach Hause? Nach dem Unterricht? Ja, nach dem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. 50 Languages 95 Konjunktionen 2 Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit ihrer Heirat? Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Wann telefoniert sie? Wann telefoniert sie? Während der Fahrt? Ja, während sie Auto fährt. Sie telefoniert, während sie Auto fährt. Sie sieht fern, während sie bügelt. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Ich rieche nichts, wenn ich schnupfen habe. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an. Wir fangen mit dem Essen an. Ich stehe auf, sobald der Wecker klingelt. Ich werde müde, sobald ich lernen soll. Ich höre auf zu arbeiten, sobald ich 60 bin. Wann rufen sie an? Sobald ich einen Moment Zeit habe. Er ruft an, sobald er etwas Zeit hat. Wie lange werden sie arbeiten? Ich werde arbeiten, solange ich kann. Ich werde arbeiten, solange ich gesund bin. Er liegt im Bett, anstatt dass er arbeitet. Sie liest die Zeitung, anstatt dass sie kocht. Er sitzt in der Kneipe, anstatt dass er nach Hause geht. Soweit ich weiß, wohnt er hier. Soweit ich weiß, ist seine Frau krank. Soweit ich weiß, ist er arbeitslos. Ich hatte verschlafen, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Ich hatte den Bus verpasst. Ich hatte den Weg nicht gefunden, sonst wäre ich pünktlich gewesen. Siebenundneunzig Konjunktionen 4 Er ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. Er ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. Er ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. Der Fernseher war an, trotzdem ist er eingeschlafen. Es war schon spät, trotzdem ist er noch geblieben. Wir hatten uns verabredet, trotzdem ist er nicht gekommen. Obwohl er keinen Führerschein hat, fährt er Auto. Obwohl die Straße glatt ist, fährt er schnell. Obwohl er betrunken ist, fährt er mit dem Rad. Er hat keinen Führerschein, trotzdem fährt er Auto. Die Straße ist glatt, trotzdem fährt er so schnell. Er ist betrunken, trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. Sie hat studiert, trotzdem findet sie keine Stelle. Sie hat Schmerzen, trotzdem geht sie nicht zum Arzt. Sie hat kein Geld, trotzdem kauft sie ein Auto. Sie hat kein Geld, trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie hat kein Geld, trotzdem fährt er mit dem Rad. Sie hat kein Geld, trotzdem fährt er mit dem Rad. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie kennt sowohl Spanisch als auch Englisch. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich mag weder Oper noch Ballett. Ich kann es nicht nur noch in der Lage sein. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je älter man wird, desto bequemer man wird. 50 Languages 99 Genitiv Die Katze meiner Freundin Der Hund meines Freundes Die Spielsachen meiner Kinder Das ist der Mantel meines Kollegen. Das ist das Auto meiner Kollegin. Das ist die Arbeit meiner Kollegin. Der Knopf von dem Hemd ist ab. Der Schlüssel von der Garage ist weg. Der Computer vom Chef ist kaputt. Wer sind die Eltern des Mädchens? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Das Haus steht am Ende der Straße. Das ist die Hauptstadt von der Schweiz. Das ist die Hauptstadt von der Schweiz. Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Das ist die Hauptstadt von dem Wisconsin! 50 Languages 100 Noor Adverbien Vinayuri Charkai Schon einmal, noch nie Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Nein, noch nie Jemand, niemand Kennen Sie hier jemand? Nein, ich kenne hier niemand Noch, nicht mehr Bleiben Sie noch lange hier? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Noch etwas? Nichts mehr. Möchten Sie noch etwas trinken? Nein, ich möchte nichts mehr. Schon etwas? Noch nichts? Haben Sie schon etwas gegessen? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Illei, naan innung edum saapide wille. Noch jemand? Niemand mehr. Vere jahrejavadu, Vere jahrekkum. Möchte noch jemand einen Kaffee? Vere jahrekkavadu kapi wenduma? Nein, niemand mehr. Illei, Vere jahrekkum wendam. J хотя mich nicht mehr. Min Wante noch jemand or das fokuser? Dann können wir uns nicht mehr.